hallo und herzlich willkommen zurück zu fitabies guy ist ein net heftig gebaut perfekt das wird euch dann bald erzählen was er da bastelt ich mache hier mal ein bisschen weiter ich bräuchte das ding kann ich das bauen ein ob euch das ding krieg das bauen da bräuchte das ding dass das bauen mir fehlen mushrooms es fehlen mushrooms ok wird nur eine küche sein mushrooms probiert die mal vielleicht gehen die ja auch die ging nicht das natürlich jetzt bitter irgendwie mit blumen jetzt auch botania blüten aha ok warte botania blauer botania war man denn am meisten davon müsste die leimflauer geht die denn die gibt nicht das ist ja echt bitter so ich müsste den bauen ich glaube so geht es zack 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 und dann hätte ich gerne den gebaut ok super sollte jetzt gehen oder so ja und reißig von denen und jetzt muss ich den bauen ich vier bauen weil wieder fehlen so viel brauchte ich nicht so 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 ne so ne ja den hätte ich nur noch den den hier ne den 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 ok es wird mir aber nicht angezeigt dass hier irgendwas passiert hier doch das wird angezeigt wenn du das ganze plastik im inventar ich habe das kann sein warte sind aber nur noch 39 das was das was 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 nicht so wie wo war ich jetzt hier stehen wie man kann man jetzt ist hier ein haken dran magical digital storage den habe ich gebaut so aber wo ist denn das problem ok ok bordel auf balfheim Ach du lieber Gott, wo bin ich jetzt hin? Ach, das ist Botania. Ich glaube, da muss jemand in Botania noch ein bisschen weitermachen, ne? Das kann ich jetzt gar nicht machen. Wieso esse ich schon wieder nichts? Ist doch drin. Hier, guck, Porkshop. Hat halt nicht funktioniert. Ne, dann mach ich woanders weiter. Mach, äh, bluh, 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 was gehört denn jetzt zu was? Was ist denn das? Kann ich den bauen? Ne, ich muss den bauen. Ähm. Wie kann ich den bauen? Gar nicht. Den kann ich gar nicht bauen. Super. Ich komme hier nicht weiter. Warte. Alf-Klaas. Ah, Mana-Klaas. Ne, das ist alles Botania. Das will ich nicht machen. Das kommt weg. Das kann Zindi machen. Warte. Zack, zack, zack. Das muss weg. Das, das. Hm. Das, das brauche ich auch nicht mehr. Das nicht, das nicht. Zilliengenerator. Black Hole. Das ist durch. Okay. Dimensional. Ja. Das ist alles Botania, ne? Ja, das ist Botania. Das hier ist Botania. Das ist Botania. Botania, Botania, Botania. Ne, das ist nicht Botania. Das ist... Ja. Ach, ne, das ist das andere Ding. Da habe ich aber auch keine Lust drauf. Dann machen, machen sowas. Vielleicht, ne? Okay. Alter, wie kriege ich denn diese Dinger? Da. Ähm. Wie heißen die? Filter-Tool. Hatten wir doch. Hm. Wir haben kein Filter-Tool. Wo hattest du denn den Stab her? Welchen Stab? Ja, für Pedestals. Ah, guck mal da. Hier, du kannst doch stellen und den kannst du umschalten. Linking und Upgrade. Aber ich brauche einen ganz anderen. Ich brauche einen, ähm... Wer ist der? Filter-Tool. Wir haben Linking und Upgrade, aber kein Filter-Tool. Du kannst das... Äh... Das Linking... Ne, das Upgrade-Tool kannst du mit hier... Äh... Kannst du umschalten. Das Upgrade-Tool kann ich umschalten. Ja. Warte. Warte. Weil sie ja in die Luft klicken, dann kannst du das umschalten. Woppa. Filter-Tool. Work-Tool. Tag-Tool. Upgrade-Tool. Du wirst noch ein Filter-Tool. Ja, ich wollte ein Filter-Tool. Richtig. Hm. So. Alles klar. Äh, und wie hat man das Tool überhaupt gebaut? Stand jetzt hier auch nicht. So. Filter-Tool-Base. Okay. Okay. Das ist schon wieder ein... ein Fortschild. Okay. Dann mach ich ihn nochmal. Hä? Ja, aber halt, ich doch. Also doch. Ja. So. Lass mich raten, ich brauch nochmal... Filter-Base. Ich bau mal ein paar mehr. Ungefähr. 64. Ey. Hä? Ein Plastik ist übrigens genug da. Das Wort ist nicht umgewandelt. Ah, okay. Aber ich hab nur gleich die Automatik eingestellt. Storage-Argumenten. Jetzt. Storage-Argument-Tool. Das ist jetzt der andere Stab. Upgrade-Tool. Nee, jetzt muss ich jetzt wieder umstellen. Nja. Wo ist es denn hin? Jetzt mal beide raus. Linking. Und... Filter. So. Upgrade-Tool. Das kann ich gar nicht umstellen. Backwards. Linking. Backwards-Linking. Nee. Backwards-Upgrade-Tool. Jesus. So. Was brauch ich da? Collision-Argumentstool. Meine Frosse. Offend-Tool. Nee. Und das kann ich da machen jetzt, ne? Mach ich mal ein paar. Okay. Aber jetzt fehlt mir das Ding. Dafür brauchte ich... Obsidian. Okay, da mach ich auch mal ein bisschen... Äh? Äh? Kein Obsidian-Meter? Okay. Das war beruf. Obsidian. Ja, Obsidian ist im Auto-Crafting drin. Äh, in der Auto-Fertigung. Und deswegen dauern dann teilweise die Flux-Points zu langer, weil da oben Obsidian drin ist. Und mehr. Ach so. Warte. Obsidian. Obsidian. So, das sollte reichen. Zack. Zack. Und jetzt brauch ich nur noch... Storage-Argument-Tool. Wo ist denn das jetzt schon wieder hin? Und verschwindet das immer? Mann, Mann. Da. Upgrade-Tool. Oh. Storage-Argument. Bilder. Work. Tag. Upgrade. Toolswoper. Bilder-Tool. Ne, macht er nicht. Linking. Backwards. Linking. Backwards-Linking. Hä? Work-Tool. Ist es das vielleicht? Hm, wir werden das gleich sehen. Moment. Work-Tool. Könnte es sein. Ne, ist es nicht. Work-Tool. Ne. Wer ist das Ding? Hier. Dual-Handcrafting. Be-Dual-Handcrafting. Off-Hand. Main-Hand. Die Stäbe machst du in den Inhalten. Stockt eine andere Ordnung. Ich brauche hier das Storage-Argument-Tool. Off-Hand-Tool. Off-Hand-Tool. And click to remove. Ja, aber Storage-Argument. Sag mal. Das habe ich ja nicht. Das andere kann ich da nicht für benutzen, so wie es aussieht. Ach, nee. Ähm, wie ist das jetzt noch gleich? Doch, Storage-Argument. Gibt es da nicht? Hä? Storage. Hier haben wir ein Storage-Argument-Tool. Okay. Okay. Super. Was ich nicht bauen kann. Warum nicht? Warum kann ich das nicht bauen? Was ist denn denn die anderen? Ich muss hier mal Pause drücken. Okay, ich habe es irgendwie hingekriegt. Da fragt mich keiner, bitte. Wie? Ich habe hier immer Rechtsklick, also Shift-Rechstklick in die Luft gemacht, so, bis das Ding irgendwann mal schwarz und dann rot ist. Aber, das geht nicht mit allem. Okay. Erstmal dich mal hier aus dem Luft aufladen und das hier rausnehmen. Okay. Dann wollte ich das bauen, ne? Dafür bräuchte ich das. Okay, bitte einmal. Collision-Effekt-Argument. Sehr, sehr gut. Und dann kann ich das bauen. Okay. Und dafür brauche ich gar nichts. Pumpen-Upgrade. Milch-Upgrade. Brauche ich auch nichts. Was ist das? Recycler-Upgrade. Okay, brauche ich auch nichts. Was fehlt jetzt noch? Storage. Upgrade. Das war... Pedestals. Ich war bei Pedestals. Pedestals. Da. Ja, fehlt jetzt nur noch das Ding, ne? Basic-Fillers fehlt noch. Okay, wie mache ich die? So? So? Ne, ich brauche erst das. Gluck-Fillers. Wie mache ich die? Similar. Offline-Fillers. Right-click in Air to Switch Types. Okay, aber ich muss doch da erstmal den Filter bauen. Hallo? Bilders. Bin ich ja schon wieder da? Right-click. Ach, jetzt habe ich das wieder ausgemacht. Ach, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte, warte, warte. Ist das so gemeint? Jetzt noch nicht rechts klicken, irgendwas? Ne. Ne, das war es nicht. Nicht so? Charge Blacklist. Charge White List. Blacklist. White List. Okay. Ah, Fluid. Energy. Regenst. Was brauche ich? Was brauche ich denn? Äh. Blocks Filter. Okay. Filter. Also, ich brauche nur einen Filter. Ist doch ein Filter. Oder nicht? Hier. Das ist ein Filter. Aber der sieht anders aus. Blocks Filter. Ähm. Ja. Okay. Dust. Item. Fluid. Energy. Ne, Blockfilter brauche ich. Ich brauche einen Blockfilter. Ja, das ist Item. Ist Item Block? Ne. Ne, das sieht anders aus. Item Filter. Lass es mir nicht mit dem hier da reinpacken. Welche geht es mit dem? Ne, das ist das gleiche in grün. Ne, das ist das gleiche in grün. Aber, hm. Ich glaube, ich habe es. So, ich habe jetzt mal hier geguckt, was man denn so an Filtern braucht. Ne, also die Dinger mit dem. Okay. Ich gebe das und den kann ich so nicht bauen. Das ist ein Item Stack Filter. Den kann ich aber wiederum bauen. Da. Könnte ich bauen. Wenn ich da so ein Ding hinpacke. So. Item Stack Filter, ne? Wenn ich den jetzt Basic Filters Okay. War es das schon? Ne. Ne? Was fehlt denn hier noch? Das war es. Ne, das da. Okay, okay, okay. Das muss ich noch bauen. Papier und Particle Diffuser Argument. Alter, wie komme ich denn da ran? Particle Diffuser Argument. Kriege ich das damit hin? Particle Diffuser Argument. Ja, kriege ich hin. Und dann soll ich das zusammen mit mit was war das? Haben wir ein Stück Papier. Okay. Paper. Particle Diffuser und Papier. An was für eine schwere Geburt schon wieder. Ja, ein Papier hin, oder? Ja, da ist es. Quest completed. Okay. Aber was fehlt jetzt noch? Hab ich was übersehen? Ne, da ist überall ein Häkchen, oder? Da ist ein Häkchen. Hier ist... Ach, der Papagei nicht. Äh, Round Robin Argument. Ach man, wie war das mit? Round Robin Argument Tool. Okay. Mit Papier. Round Robin Argument Tool. So, da gucke ich mal, ob das Ding das kann. Work Tool. Tag Tool. Upgrade Tool. Tool Swapper. Äh, Filter Tool. Ja, warte mal. Aber... 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 Ja, warte mal. Ja, das ist schon wieder... Tool Swapper. Ja, schon wieder das falsche Ding. Ach man, ey. Wird gleich bekloppt. Tool. Nee, da ist es nicht drinnen. Hä? Wo ist das denn jetzt hin? Das brauche ich nicht. Das andere Tool ist nicht mehr drin. Ich werde es rausfinden bis zum nächsten Mal. Glaube ich. Das wird mir sonst zu lang. Oder ich mache hier Pause. Alter, ich hatte das... Das Ding hier lag noch hier drinnen. Da konnte ich lange suchen, ne? Der Tool Swapper. Da habe ich jetzt Round Robin und jetzt habe ich es geschafft. Okay. Aber die Quest ist noch nicht durch. Warum? Was habe ich denn jetzt schon wieder vergessen? Cheerio. Das ist doch alles... Nein, das ist doch nicht grün. Irgend so ein Ding machen, ne? Warte, wir gucken. Das hier... Brauche ich denn mal noch einmal... Boah. War das eine schwere Geburt. Das war wirklich eine schwere Geburt. Okay, gut. Wir haben... Pedestals durch. Gott sei Dank. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Gehabt euch gut und... Tschüss.